Die Thematik der Working Poor ist sehr komplex, weil viele Faktoren zusammenspielen, vom Arbeitsmarkt zu den Wirtschaftsbedingungen zum Sozialsystem. Und wir wissen, in Südtirol gibt es ein relativ großzügiges System an öffentlichen Unterstützungen, Leistungen, Familienförderung, Wohnbauförderung. Aber man muss immer auch aufpassen, die Lösung der Thematik Working Poor in mehr öffentlichen Transferleistungen zu suchen. Also es riskiert auch ein Alibi zu werden, weil natürlich auch die Entlohnungen, die Arbeitsverträge, die Rentensysteme und viele andere Themen auch wichtige Bausteine sind, um die Lage oder die Gefahr der Working Poor zu vermeiden.